Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Darkstar 1. Ja, hatte Fakte sammeln, ne? Müssen wir ja wohl, um aufrüsten, weil sonst wird das langsam ziemlich eng hier. Hab schon, ich habe keine Ahnung. Wie ich das machen soll. Wie mich sonst komplett weggrillen, ne? Schiff sah aber eigentlich ehrlich gesagt gerade so aus, als könnte ich auch schon mit vierte Bugwaffe drauf machen. Optisch geht das tatsächlich, aber mathematisch erst, wenn ich wohl nochmal aufrüste, ne? Und nochmal aufrüste und ja. Naja. Wir werden sehen, ne? Ich habe hier noch so ein paar gewisse Punkten nicht vergeben, ne? Waffenboost. Einen Schildboost können wir auch noch machen. Ich kann ja mal richtig viel machen jetzt. Ups. Okay. Overload. Plasma-Strahl. Das kann ich dann als erstes leveln, aber dann erst. Da hat doch noch was geblinkt. Das habe ich gar nicht gesehen, ne? Das kann ich das Schiff noch verbessern. Um das zu wissen. Ups. Da wäre vielleicht sogar schon eher was gelaufen. Wer weiß da schon so genau. Schauen wir, wie diese Flak-Motion sich dann bei mir verhalten. Da bin ich ja mal gespannt. Die erste habe ich früher eigentlich immer geschafft, auch wenn es eng war. Und die zweite war dann halt, äh, einfach too much. Ich habe jetzt noch alles bis zum nächsten Upgrade. Ob er sich upgraden kann. Muss ja nicht. Ich kann. Das ist das Ding. Gucken, ich flieg mal dorthin und gucken, ob ich da die Navigationsdaten bekriege. Können wir uns bald daran machen, Erona zu befreien? Ich habe da ganz schwammig was in Erinnerung, nichts genaues, aber ja. Wir gucken mal. Erstmal mal Piraten am Wels. Wie immer. Die hauen wohl noch ganz gut rein. Oh. Wir gucken mal. 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 Ich bin irgendwie nicht. Wir gucken mal. Wir gucken mal. es ist schon ein bisschen ok wir kriegen diese artefakt geschichten herum nicht freigeschaltet und dort bin ich glaube ich schon innen gesprungen aber wir gucken mal gucken kostet ja erstmal nichts oh doch neue navigationszaten na zumindest einmal vorher will ich einfach mal auf die handelsstation gucken was wir denn eventuell aufrüsten können wahrscheinlich nicht viel weil wir nicht viel kohle haben aber bisschen was wird wohl gehen doch mal raketenwerfer die ray gun verbessert nicht frachtscanner kondensator das wäre vielleicht etwas der handel mit androiden steht auf dieser station unter strafe andererseits das energie schild das macht erstmal am meisten Sinn dann halten wir nämlich mehr aus ohne dass wir leveln müssen das ist top genau das ist ja eins mit unter der sache ne wir müssen mehr aushalten können wenn das jetzt hier weiter geht richtig zur sache geht dann brauchen wir das definitiv ja das klingt nach piraten piratenversteck gibt es dann hier auch noch ja dann kommt mal ran hier kommt mein geld gleich wieder rein hier ich schenke dir ewigen ich schenke dir ewigen ich schenke dir ich schenke dir und du wirst brennen ich schenke dir 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 noch eine das sind die mini so klingen ne vielleicht erstmal auf die handelstation das was schon weg ist erstmal reparieren in der nähe von der polizei werden sie sich vielleicht auch nicht trauen mich anzugreifen das würde jedenfalls so sinn machen ne und ich glaube ich kümmere mich mal um so einen piratenversteck ne ja man könnte jetzt schmuggeln aber das muss ja nicht sein zumal ich das geld nicht habe die werden nämlich auch immer teurer wenn man sich die artefakte so erschrocken schmuggeln sende die zugangskont so da ist es das artefakt holen na gucken wir mal was hier anversteckend bleibt wohl auch zeit geh auf kurz na das klingt nach piraten in der tat aber sehr weit weg aber schon könnte ich nicht mehr springen oder mal angenommen ich wollte schauen wir mal her auf 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 doch könnte ich aber wollen wir das eher nicht, weil ich auch die credits brauche ja 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 ne ja 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 Komm schon, Schilde, komm schon, ich brauch Schilde Oh, damn Oh, damn Tja, automatisches Speichern Mhm, und wo sind wir da? Schiffreitmariella und so weiter Weilt euch gefälligst, muss gleich wieder los Machen wir uns da direkt auf zum Piratenversteck Mal gucken, ob das besser geht Wir brauchen wahrscheinlich bessere Waffen Die kriegen wir so, ne? Wir nehmen deine Herausforderung an, Menschling Ansonsten bleiben hier noch so ein paar ältere, Piratenbesetzte Systeme Die man probieren könnte Ob die besser laufen, da kriegt man halt auch bessere Waffen Lass man jetzt halt gucken Dein Schicksal ist versiegelt Das scharf nicht Du bist reiche Beute für den Clan Versteigt die Menschen jetzt wie erfahren im Ort Das ist jetzt noch ein bisschen Massepilot, ja. Jetzt lerne die Stärke eines wahren Mordorken. Die Stärke des Mordorken. Der Tod durch meine Arme ist eine besondere Ehre. Ich muss ein bisschen spielen, damit das die Schilde wieder aufladen können. Der trifft mich im Heck irgendwie ganz gut und dann bin ich weg. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Star Wars.